...von Swisslos. Heute am Beispiel des Sportfonds des Kantons Aargau. Mein Name ist Patrick Küng. Ich bin Bankangestellter und nehme heute als Freizeitsportler am Rüsslauf teil. Der Bremgarten Rüsslauf gehört zum Bremgarten wie zum Rüss. Er ist einer dieser zehn Aargauer Goldläufe, die über das ganze Jahr im Kanton verteilt ausgetragen werden. Die Läufe werden unter anderem von Swisslos unterstützt. Mit rund 35'000 Teilnehmern ist es ein kleines Volksfest. In verschiedenen Kategorien, vom Piccolo bis zum Profiläufer, nehmen hier alle teil. Ich habe vor ein paar Jahren die Freude am Laufsport entdeckt. Das Laufen bringt mir Abwechslung in meinen Alltag. Der heutige Lauf ist für mich eine ideale Vorbereitung für den Marathon am 6. November in New York. Der Bremgarten Rüsslauf ist sehr ein beliebter Lauf in der Läuferszene. Er ist sehr flach, geht über 11 Kilometer und ein Großteil der Strecke ist entlang der Rüss. Der Einlauf ist dann in der wunderschönen Altstadt. Ich bin wirklich zufrieden. Die Trainingslinite, die wir gesetzt haben, konnte ich leicht unterbieten. Die Lottoziehung wurde...